Herzlich willkommen zur heutigen Neuroathletik-Live-Testung mit Jafar. Jafar ist Kampfsportler und hat Probleme mit der Beweglichkeit. In der Vergangenheit hat er immer wieder versucht, seine Beweglichkeit mit Dehnung in den Griff zu bekommen, mit mäßig Erfolg. Und wir werden heute einen neurozentrierten Ansatz fahren, um ihn schneller in die Beweglichkeit zu bekommen. Ob das klappt? Bleib dran. Beweglichkeit ist das A und O, nicht nur im Kampfsport, sondern auch in jeder anderen Sportart oder im Alltag. Deswegen, Jafar, gucken wir uns einmal mal an, wie deine Beweglichkeit so ist. Wir wissen, du hast Probleme mit der Rückseite. Stell dich mal hüftbreit hin und gib uns mal einen Eindruck, wie weit du runterkommst. Versuch mal, deine Zehenspitzen zu berühren. Das sieht schon relativ steif aus, gerade für einen Kampfsportler. Jetzt beugt er die Knie ein bisschen mit, ist vom Rücken sehr fest. Mach das noch ein-, zweimal. Lass ruhig die Beine gestreckt. Komm ruhig ganz wieder hoch und wieder tief. So, dass wir einen Eindruck haben. Also er ist sehr fest. Gut, das merken wir uns und schauen gleich, welche Auswirkungen das hat. Da wir beim Kampfsport viele Griffe und Hebel haben, gucken wir uns als erstes mal seinen Nacken an. Denn da wird die Beweglichkeit oft sehr intensiv gesteuert. Du hast also folgende Aufgabe. Du stehst gerade und aufrecht und schiebst deinen Kopf ganz weit zurück und versuchst dann das Kinn ein bisschen Richtung Kehlkopf zu ziehen. Mach das mal. Ich helfe dir mal ein bisschen bei der Bewegung. Genau, gerade aufrecht. Das ist gut. Locker und entspannt. Was du jetzt machst, sind kleine Nickbewegungen. Immer schön nicken. Merkst du hier oben einen leichten Zug? Gut. Einfach mal ein bisschen weitermachen. Nicken, nicken, nicken. Sehr schön. Super. Jetzt drehst du den Kopf ein bisschen nach links dabei und nickst einfach weiter und einmal nach rechts. Sehr gut. Wieder zur Mitte. Gut. Kopf nochmal gerade. Nochmal zurückziehen. Und jetzt nochmal nicken. Gut. Super. Und einmal lösen. Durchatmen. Alles okay? Gut. Und dann testen wir nochmal. Und schauen mal, ob sich was verändert hat. Sehr gut. Das ist ein ganzes Stück weiter und wir sind jetzt schon fast an den Zehenspitzen. Als nächstes kümmern wir uns um seine Augen. Er trägt Brille und hat eine sehr hohe Dioptrienzahl und kann ohne Brille nicht gut sehen. Und das fordern wir und kitzeln wir jetzt ein bisschen heraus aus ihm. Deswegen ziehen wir einfach die Brille ab. Wir haben jetzt hier einen Zettel mit verschiedenen Schriftgrößen. Den nimmst du bitte einmal in die Hand, streckst die Arme aus und versuchst mal die Schriftgröße noch zu lesen, die du noch erkennen kannst. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Okay. Die größte Schrift, die wir hier haben, ist 36. Okay, was wir jetzt machen, wir setzen ihm eine sogenannte Lochbrille auf. Die reduziert erstmal den äußeren Input, den wir über unsere Augen kriegen und macht dem Gehirn das so leichter, besser zu sehen. Unser Sehen hat dann wieder Auswirkungen auf unsere Beweglichkeit. Also wir versuchen sein Sehen jetzt erstmal zu verbessern, um dann im Nachhinein auch seine Beweglichkeit zu verbessern. Sieht cool aus. Alles okay? Mhm. Okay, dann nimm nochmal die Sehtafel in die Hand, ausstrecken. Und man kann jetzt was erkennen. Und er kann was erkennen. Okay, welche Schriftgröße kannst du denn lesen? 36, 32 geht. 32 geht. 24 geht auch. 24 geht auch noch. Ja, das nächste wäre, glaube ich, 20, das ist schon zu klein. 24 ist das letzte. 24. Möchtest du nochmal vorlesen? Dauerhaft verbessern zu können. Und das ist richtig, also er hat nicht geschummelt. Das steht auch wirklich hier drauf. Sehr gut. Also die Lochbrille hilft schon mal, lass sie ruhig mal auf. Weil wir gucken mal, inwiefern wir dadurch deine Vorbeuge auch verbessern können und nicht nur dein Sehen. Also stell dich nochmal hin und versuch dich nochmal nach vorne zu beugen. Gut, und auch da sehen wir eine Verbesserung in der Beweglichkeit, nur durch das Aufsetzen der Lochbrille. Was wir wiederholt sehen, wenn er sich nach vorne beugt, ist, dass er wie ein Tisch ist, wie ein Brett. Er ist relativ fest von der Brustwirbelsäule und von der Lendenwirbelsäule. Das heißt, wir gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Beweglichkeit in seinen Oberkörper reinbekommen. Dadurch mobilisieren wir jetzt mal seine Brustwirbelsäule. Du hast jetzt also folgende Aufgabe. Du stellst dich hin, versuchst, das Brustbein vorzuschieben und versuchst dann, wie als wenn dich jemand reindrückt, rund zu werden. Das Ganze geschieht aus der Brustwirbelsäule, nicht aus den Schultern. Ich helfe dir ein bisschen dabei. Geh erstmal groß, 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 sehr gut. Das ist nicht schlecht. Und jetzt rund. Wie als wenn ich dich hier eindrücke. Versuch mal, die Arme locker hängen zu lassen. Und da muss ein bisschen mehr kommen. Kopf bleibt gerade. Genau. Weiter, weiter, weiter. Da ist er super fest. Und wieder groß. Sehr gut. Groß, 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 groß. Und wieder rund, 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 rund. Ja, super. Schon viel besser. Und wieder groß. Weiter, 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 weiter. Noch ein bisschen. Und rund. Weiter, weiter, weiter. Ja, da ging noch mehr. Super, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Kopf gerade. Super. Und wieder groß. Sehr schön. Und noch einmal rund, weil es so schön war. Ja, viel besser. Super. Und wieder groß. Und einmal lösen. Alles okay? Gut. Einmal nach vorne beugen. Sehr schön. Da haben wir die Zehen. Fast. Sehr gut. Da ihr einige Probleme mit der Rundung der Brustwirbelsäule habt, behelfen wir uns ein bisschen mit dem Widerstandsband. Und da möchte ich dich bitten, das nimmst du gleich, oder ziehst du gleich auf wie ein Rucksack. Das sollte ungefähr zwischen den Schulterblättern liegen. Dann streckst du die Arme nach vorne. Guck, dass das Band nicht wegflutscht. Und dann versuchst du die Arme gestreckt zu lassen und dich gegen das Band nach hinten zu drücken. Und dann vom Band wieder ganz gerade ziehen zu lassen. Das heißt, du bist dran. Zieh mal auf. Als Sicherheitshinweis immer gucken, dass es zwischen den Schulterblättern liegt und nicht wegrutscht. So, jetzt einmal die Arme strecken. Streck mal ganz aus. Erst die Arme strecken. So, jetzt werden wir ganz gerade. Genau. Und jetzt drückst du mit dem Rücken das Band nach hinten, ohne die Arme zu beugen. Sehr gut. Super. Und noch einmal. Wieder ganz in die Streckung kommen. Ganz zurückziehen lassen. Super. Die Arme bleiben durchgehend gestreckt. Genau. Die Arme bleiben durchgehend gestreckt. Und wieder nach hinten schieben. Super. Sehr gut. Und wieder nach vorne. Gut. Ganz in die Streckung. Und wieder. Druck nach hinten. Atmen nicht vergessen. Nicht die Luft anhalten. Sehr gut. Da erzeugen wir deutlich mehr Bewegungsumfang. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Atmen, atmen, atmen. Gut. Und einmal lösen. Super. Gut. Band wieder ab. Und dann darfst du dich nochmal nach vorne beugen. Sehr schön. Da haben wir die Zehen. Die Bewegung sieht runder aus. Er ist von der Brustwirbelsäule viel beweglicher. Große Auswirkungen auf unsere Beweglichkeit hat auch unsere Atmung. Vor allem dann, wenn wir nicht gut und effizient atmen. Er hat eine Historie an Nasenbrüchen bzw. einen Nasenbeinbruch gehabt. Es kann also sein, dass die Fähigkeit durch die Nase zu atmen bei ihm eingeschränkt ist. Dazu nimm erstmal einen Finger und schließ ein Nasenloch. Nicht in die Nase stecken und atme mal ein und aus. Das ist frei. Gut. Nimm mal die andere Seite. Und da hört man deutlich mehr Widerstand. Also es scheint dir das rechte Nasenloch etwas verspannt oder eingeschränkt zu sein. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf dein rechtes Nasenloch. Halt also dein linkes Nasenloch zu. Was du jetzt machst, sind fünf schnelle Schnüffler und dann eine lange Ausatmung. Also du machst und das Ganze drei, vier, fünf Mal hintereinander. Sehr gut. Schneller. Super. Sehr gut. Sehr gut. Alles okay? Nicht schwindelig? Gut. Es kann oft passieren, dass bei solchen Übungen der Schwindel kommt oder das einem schwummerig wird. Da ein bisschen aufpassen. Das war auch direkt deine Übung. Deswegen gucken wir direkt, inwiefern sich da jetzt was getan hat. Gut. Und wir kommen dem Boden immer näher. Die Atmung auf dem einen Nasenloch ist also eingeschränkt. Aber wir müssen auch betrachten, inwiefern all unsere Atemmuskeln richtig funktionieren. In der Regel sollte sich der Bauch sehr schön nach vorne bewegen und die Rippen weit zur Seite öffnen und leicht anheben. Und das schauen wir jetzt bei ihm einmal nach, ob das Ganze auch funktioniert. Schau mal bitte nach hinten an die Wand und ich gucke einmal, wie du atmest. Tief ein- und ausatmen und ich gucke jetzt, ob Bewegung in seinen Rippen da ist. Ich versuche mal, ohne Widerstand zu atmen, ganz locker und entspannt zu atmen. Was man jetzt hier deutlich fühlen kann, ist, dass seine linke Seite sehr präsent ist, seine rechte Seite aber kaum arbeitet. Und die versuchen wir jetzt mit dem Atemgürtel zu aktivieren. Wir benutzen also den Atemgürtel, um ihm ein bisschen Widerstand auf seine rechte Seite zu geben. Dazu legen wir ihm den Gürtel sehr eng an, womit er mehr Input bekommt, wohin er atmen soll. Das heißt, du ziehst den Gürtel einmal an. Am besten von hinten nach vorne mit dem Gummi nach innen, sodass wir dir den schön hier um die Rippen setzen können. Genau. Zieh den mal richtig schön eng. Und das war sehr viel sensorischen Input in seinem Bauchbereich kriegen. Merkst du den? Gut. So, du hast jetzt folgende Aufgabe. Du stehst locker und entspannt und versuchst mal, die rechte Seite richtig schön auseinander zu atmen. Steh dabei gerade und aufrecht. Sehr gut. Wir bekommen also Bewegung hier rein. Dabei neigen die Leute dazu, immer mit sehr viel Kraft und Widerstand einzuatmen und auszuatmen. Versuch die Atmung locker zu lassen. Du auch. Sehr gut. Und jetzt versuch mal, die Einatmung ein bisschen zu verlängern. Und schön hier rein. Weiter, weiter, rechts, 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 rechts. Ja, super. Und aus. Sehr schön. Und nochmal ein, 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 ein. Sehr gut. Und einen letzten Atemzug. Und aus. Super. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Und dann darfst du nochmal testen. Und haben wir den Boden? Sehr gut. Wir haben den Boden. Wir springen nochmal zu seinen Augen. Und zwar hat er jetzt folgende Aufgabe mit dem Vision Stick eine Augenliege stützt zu machen. Das heißt, die Augen bewegen sich nach innen. Wann immer sich die Augen nach innen bewegen, aktivieren wir gewisse Reflexbögen in unseren Muskeln für Beugemuskulatur. In der Hoffnung, dass er auch gleich sich tiefer beugen kann. Das heißt, du hast folgende Aufgabe. Du schaust dir oben auf den ersten Buchstaben. Wir lassen bei ihm jetzt auch die Brille auf, weil er ohne nichts sieht. Und ziehen jetzt den Stick zwischen seine Augen und gucken, ob beide seine Augen auch nach innen gehen. Das linke Auge ist ein bisschen träger als sein rechtes, aber prinzipiell sieht das Ganze ganz gut aus. Wir achten hierbei noch darauf, ob die Augen anfangen zu drehen oder ob er sehr fest wird. Alles okay soweit? Gut, eine machen wir noch. Gut, einmal lösen und dann darfst du dich nochmal nach vorne beugen. Gut, das ist auch nochmal ein ganzes Stück. Jetzt haben wir die ganze Fingerkuppe auf dem Boden. Genau, lass nur die Knie gestreckt, aber das ist deutlich besser. Sehr gut. Wir haben jetzt einige Übungen herausgefunden, die für ihn gut sind. Das heißt, wir versuchen die Dosis nochmal ein bisschen zu erhöhen und versuchen diese Übungen zu kombinieren. Das heißt, wir setzen ihm jetzt die Lochbrille auf, während er Augenliegestütz macht. Und währenddessen rubbel ich nochmal seine rechte Rippenseite, damit er sensorischen Input bekommt für die Atmung. Bereit? Du kannst die Brille nochmal abziehen. Die ziehst du auf. Da guckst du wieder auf den Buchstaben, ziehst den ran und streckst den wieder weg. Und währenddessen kriegst du von mir ein bisschen Input hier. Genau, ganz strecken. Kannst du den Buchstaben jetzt klar erkennen? Mehr oder weniger. Okay. Aber wir müssen das dann. Okay. Eine noch. Okay. Sehr gut. Dann darfst du dich nochmal nach vorne beugen. Und wir gucken mal, was die Kombi gemacht hat. Sehr gut. Da haben wir alles zusammengepackt und da haben wir nochmal ein gutes Ergebnis von allen Stimuli zusammen. Wir haben gesehen, dass jetzt einige Stimuli super gut für ihn waren. Die Augen, die Atmung und die Mobilität des Nackens. Und das sollte er auch unbedingt in sein Training einbauen, um dauerhaft beweglich zu sein. Wie war es für dich, Schaffer? Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von den Übungen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich durch das Augentraining und durch die Übungen an dem Nacken so viel Bewegung hinzugewinnen kann und meine Beweglichkeit um ein so großes Stück verbessern kann. Ich hoffe, das Video hat dir Spaß gemacht. Wenn du Interesse an weiteren Videos hast, findest du die hier im YouTube-Kanal. Lass ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Lass ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.